Alles Gute! Drebber ist im Navi eingegeben und ich hatte eigentlich jetzt in diesem Fall mal Göttingen eingegeben und irgendwie hat mich da wieder nach Drebber geführt und da dachte ich mir, du kannst auch hierher fahren. Nein, Drebber ist schön, Drebber ist klasse. Wie ist der Kontakt zu Drebber zustande gekommen? Der Kontakt zu Drebber ist über Jürgen Lübers zustande gekommen. Oh Gott, der Bildung war! Hallo! Kommt gerade vorbei mit der Nummer 155 auf dem Halbmarathon. Wo ist vor dem Sperrmachstum? Mitte Nummer 14 aus der Seestadt. Die Berge muss der Einzelkirche werden hier vom Drebber. So war die ganze Klinik, der man heute mit der Elektronen erreicht hat. In der Staffel.